Herzlich willkommen zu einer neuen Meditationsreise und heute geht es um inneren und äußeren Frieden. Ich meine, den äußeren Frieden so richtig in der Hand haben wir denn natürlich nicht. Hast du denn nicht, habe ich denn nicht, aber wir haben zumindest in der Hand, wie es im Kleinen ausschaut. Und wenn wir das in unserem Familiensystem schaffen, in unserem Umfeld schaffen, in unserem Arbeitssystemen schaffen, in unseren sozialen Kontakten schaffen, dass wir da weniger Konflikte haben, also sowohl, dass wir uns nicht unter Druck gesetzt fühlen, als auch, dass wir niemanden jetzt unter Druck setzen oder irgendwo Stress ausstrahlen, dann ist das natürlich ein wesentlicher Beitrag zur Zufriedenheit zum Frieden. Und das schauen wir uns heute mal an während dieser Übung. Abgrenzung grundsätzlich noch einmal, Schutzabgrenzung geht immer über das soziale Chakra. Unter Anfangszeichen dein soziales Chakra ist dein Solaplexus, das ist ich und die anderen. Solaplexus ist Magengegend. Also das ist so Gold, Sonnenzentrum, das ist so deine Ausstrahlung auch auf der einen Seite und auch dein Licht, wo du deinen Raum definierst. Und das werden wir uns jetzt einfach mal so anschauen. Also schließe mal deine Augen und du kannst gerne mal deine Hände wirklich so auf deinen Magenbereich legen, so da wo dein Magen ist, das ist da der Solaplexus. Und atme da mal bewusst hin. Also tief einatmen. Und bewusst den Solaplexus-Magenbereich wahrnehmen. Einfach nur mal wahrnehmen, ohne zu beurteilen. Und dann frag dich mal selber, ist das ein besonders heller Bereich? Schaut der aus wie eine Sonne? Strahlt da was aus? Ist der eher dunkler? Ist der eher leer? Ist der eher kühler? Wie fühlt sich denn das an? Was kriegst du denn dafür, für eine Wahrnehmung hin? Jetzt einfach mal so Magen-Solaplexus-Bereich anschauen. Wie schaut denn das aus? Ist das heller oder ist das dunkler? Wie fühlt sich das an? Und wenn du dir das schwer tust, dann stell dir einfach mal so eine Sonne vor. Also wie schaut die Sonne aus? Wie so ein Planeten, wirklich die Sonne? Stell dir mal vor, wie die strahlt, wie die wirklich so im Feuer steht, voller Energie ist. Und wie die das Licht aussendet. Also diese unglaubliche Licht- und Leuchtkraft der Sonne. Stell dir die mal vor, eine Sonne, Leuchtkraft, leuchtend. Dieses weiße, strahlende Sonnenlieb. Und vergleich das jetzt nochmal so mit deinem Sonnenzentrum, deinem Solaplexus. Hast du das Gefühl, der strahlt auch so stark? Oder wie schaut denn das aus? Wie ist denn das? Geht der Solaplexus nach außen oder nach innen? Es kann nämlich auch sein, dass das ein bisschen rein kollabiert. Also dass deine Energie auch eher ein bisschen reinkommt zu dir. Und nun beobachte einfach mal, ganz bewusst und klar. Beobachte einfach mal ganz bewusst und klar. Deinen Solaplexus. Und du bittest nun die geistige Welt um Heilung. Also bitte mal die geistige Welt um Heilung. Kannst du dir das vorstellen wie nach oben? Ich bitte einfach jetzt um Heilung meines Solaplexus-Bereichs. Ich nehme wahr, dass er nicht ausgeglichen ist. Ich nehme wahr, dass meine Abgrenzung vielleicht zu verspannt ist, vielleicht zu porös ist. Ich nehme wahr, dass ich nicht in meiner Mitte bin. Und ich bitte nun um Ausgleich, Heilung, Reinigung dieses Zentrums. Und ich bitte auch um die Gnade, diese Heilung annehmen zu können. Ich bitte um die Gnade, diese Heilung annehmen zu können. Denn gerade wenn dein Solaplexus, dein Abgrenzungsschakra, so gestresst ist, dann macht das eher zu. Dann ist das eher so blockierter. Und deshalb bittest du jetzt auch noch um die Gnade, diese Heilung annehmen zu können. Und das erste, was nun passiert, ist ein Lösen, ein Erlösen von Gedankenkreisen, von Selbstboykott und Eigenmanipulation. Also sämtliche Vorstellungen, die dich selbst unter Druck setzen, wo du selber klein gehalten bist, wo du selber dich schwach fühlst, die werden jetzt mal transformiert. Und alles, was verhindert, dass dein Solaplexus in die optimale Schwingung kommt, wird nun transformiert in deinem System. Und du spürst um deinen Kopf, dass sich wirklich so Gedanken, Vorstellungen transformieren. Und du erlaubst dir jetzt vor allem auch alle Ängste abzugeben. Ich gebe alle meine sozialen Ängste und auch die Ängste, die das Leben betreffen, die den Lebensraum betreffen, jetzt ab. Ich bitte also um die Gnade, meine Ängste zu lösen, die im Solaplexus sitzen, meine Ängste, die im Solaplexus gespeichert sind. Und da kannst du dir vorstellen, da kommt jetzt wirklich wie ein Lichtstaubsauger, wie ein Staubsauger, wie ein Lichtkanal. Und er setzt sich an, so bei deinem Magen und beginnt, deine Ängste abzusaugen. Das sind oft alte Ängste, das sind oft alte Fragmente. Und du spürst auch, wie sie aus deinem Kopf, wo du unter Stress, unter Druck stehst, in den Magen wandern und dort abgesaugt werden. Alle Verklebungen, alle Anspannungen werden dort jetzt entfernt. Vielleicht kannst du so einen leichten Zug spüren am Solaplexus, wo das einfach jetzt abwiesen kann. Und wenn du das Gefühl hast, dass das noch ein bisschen steckt, dann bitte jetzt mal um die Frequenz loslassen. Ich lasse meine alten Ängste los. Ich lasse alle Existenzängste, die im Solaplexus gespeichert sind, los. Ich lasse alle sozialen Ängste, die im Solaplexus gespeichert sind, los. Ich erlaube nun, dass das Solaplexus seinem Namen gerecht wird. Das heißt, dass das eine innere Sonne ist, ein inneres Licht, das meinen Pfad beleuchtet, meinen Raum definiert und natürlich auch meine Abgrenzung ganz klar sichtbar macht. So, dass ich all meine Grenzen positiv wahrnehmen kann. Das heißt, du spürst auch so diese Endlichkeit, also dort, wo du endest und wo der andere oder die andere beginnt. Aber du nimmst deine Grenzen rund um dich wahr. Und du kannst dir das auch so vorstellen, wie ein, ja, fast wie ein Lichterkreis, eine Lichterkugel rund um dich. Also auch oben, seitlich, unten, um die Beine. Wie wenn du in der Mitte eines goldenen Lichtes stehst, einer goldenen Kugel. Und das ist dein Solaplexus. Und du spürst jetzt diese weiße, strahlende Energie, die sich eben jetzt bei deinem Solaplexus, deiner Magen, Gegend ausdehnt. Zuerst nach vorne hin. Und dann strahlt sie auch nach hinten. Erlaube ganz bewusst, dieses weiße, strahlende Licht auch nach hinten auszudehnen. Und das, was hinter dir liegt, ist das Loslassen deiner Vergangenheit. Und das sind noch einmal soziale Einschränkungen aus deiner Vergangenheit. Alles, was dich aus deiner Mitte gebracht hat, wird nun abgelöst, erlöst. Und du spürst vielleicht jetzt ein bisschen ein Durcheinander in dir, unterschiedliche Bilder, die vielleicht hochkommen oder Emotionen. Aber erlaub dir einfach, diese Reinigung wirklich weiterzumachen. Dass dieses Licht sich auch, so weit es für dich möglich ist, in die Vergangenheit erstreckt. Und dass dort die Schatten der Vergangenheit sich in diesem Sonnenlicht auch lösen und transformieren. Jede Person, die ich in meinem Leben getragen habe, die mich Energie kostet, darf nun meinen Lebensraum verlassen. So dass ich meine volle Verantwortung als Frau, Partnerin, Mutter, Tochter leben kann. Oder Mann, Partner, Vater, Bruder, wie auch immer. Und alles, was dem widerspricht, wird nun transformiert. Und hol dir nochmal deine Sonnenkraft und auch nochmal Unterstützung von der geistigen Welt, die dir hilft, diese Vergangenheit gut zu transformieren. Also die Sonne scheint dorthin und jegliche Verwicklungen, Verstrickungen mit der Vergangenheit können sich jetzt lösen. Und nun spür mal, wie dezentriert du bis jetzt durch dein Leben gewandelt bist. Spür einfach mal nach hinten und schau mal, wie du hin und her gewandelt bist oder dass du vielleicht eine Schlagseite hattest sogar. Und ab jetzt erlaube dir absolut präsent, absolut in deiner Mitte zu sein. Zu 100% in deiner Mitte. Und dieses Sonnenlicht, dein Solarplexus-Zentrum, du schaust mal runter, es wird immer ähnlicher diesem Sonnenbild, das du vorher vor Augen hattest, diesem Strahlen der Sonne. Und es ist auch völlig, völlig okay, wenn es nicht hundertprozentig sich deckt mit diesem Bild. Aber du spürst, dass du weiter geworden bist, dass da sich Emotionen auch noch vielleicht lösen oder dass ein Lösungsprozess vielleicht etwas länger dauert. Aber du verwickelst dich nicht mehr in kleine Gefühle, in Grabenkämpfe, die nichts bringen, die nichts bewegen. Du erlaubst dir nun ganz klar, ganz bewusst, absolut in deiner Mitte, in deiner Kraft zu sein und bewachst und behütest bewusst deine Grenzen rund um dich, ober dir, unter dir, hinter dir. Und in dieser Abgegrenztheit bitte nun darum, die göttliche Gnade zu empfangen. Und diese göttliche Gnade besteht nun darin, dass dir eine weiße Rüstung angelegt wird, strahlend weißes Licht, von Kopf bis Fuß gekleidet, und du spürst, nichts durchdringt diese Rüstung. Und das ist keine Rüstung, um zu kämpfen, sondern es sind deine geheilten Grenzen, und du spürst, dass sich diese Rüstung wie in einem Prisma unendlich spiegelt. Also das sieht aus, als wären da unzählige Truppen rund um dich, in diesen weißen Rüstungen. Das spiegelt sich ober dir, unter dir, rund um dich. Eine schützende Legion aus Licht. Und du bist im Zentrum und heilst. Die Erde um dich herum heilt. Ein tiefer Frieden und eine tiefe Liebe waschen sämtliche Anstrengungen, sämtliche Trauer aus deinem Wirkungsbereich. Und du erlaubst dir jetzt absolut in deine Mitte einzutauchen. Und in diesem Freiraum, in dieser Freiheit, in dieser Abgegrenztheit merkst du auch, dass es gut ist. Und dass auch jeder andere Mensch diesen Raum zur Verfügung hat. Diesen Freiraum, diesen Lebensraum, diese Energie. Und du spürst tief in dir, dass es gut ist. Und du bedankst dich jetzt beim göttlichen Licht für deine Solarplexuskraft. Und dein geheilter Solarplexus verbindet sich mit deinem Wurzel-Nabelschakra, Herzchakra, Hals, dritten Auge und Kronenchakra. Und du spürst, dass du absolut in deine Mitte kommst. Stress, Anspannung ist abgeflossen. Belastende Dinge aus der Vergangenheit liegen hinter dir. Und du bedankst dich jetzt bei der geistigen Welt, bei deinen geistigen Hilfern und Führern und kommst in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in deine Zeit, in deinen Raum zurück. Du spürst noch mal so dieses weiße, strahlende Licht um dich. Bedankst dich noch mal, bewegst deinen Körper, streckst dich durch und kommst dann in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. und wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, spüren kannst, dich durchgestreckt hast, wenn du möchtest, dann öffne deine Augen und fühle noch mal ein bisschen nach. Wie ist es dir bei dieser Reise gegangen? Was hast du erlebt? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich hoffe natürlich, wir sehen uns demnächst wieder. Wie immer, abonniere den Kanal, lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video, du findest dir am Kanal unzählige dieser Meditationen zu ganz unterschiedlichen Themen. Und schön, wenn du noch dran bist, denn das bedeutet einfach, dass du es dir wert bist, diese Auszeit zu nehmen und an dir energetisch zu arbeiten. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Also kannst du auf die Schulter klopfen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Tschüss. Dein Oliver Ereni.